87. Minute. Wieder lassen die Bochumer den Ball springen. Und das ist Jan Tauer. Das ist riesig. Tauer, der hat sicherlich 3-4 Kilo zu viel auf den Hüften. Aber der hat ein noch größeres Herz. Ein toller Schuss. Und eine sensationelle Parade von Andreas Lute. Er hält hier den VfL Bochum im Spiel. Da war der Keeper mit den Fingerkuppen noch dran. Schön geflogen, Andreas Lute.